hallo freunde und willkommen in diesem video möchte ich euch eine möglichkeit zeigen von einem entfernten pc aus eine verbindung zu unserem raspberry pi herzustellen und diesen auch komplett steuern zu können um eben damit zu arbeiten wir greifen also auf dem desktop unserem raspi zu auf die grafische oberfläche ganz normal natürlich können wir auch daten hin und her übertragen in beiden richtungen halt und was ich noch super cool finde ist dass die zwischenspeicher ablage gemeinsam genutzt werden kann ja und das ganze super einfach das zauberwort lautet wie ihr schon an remote desktop genauer gesagt in unserem fall real vnc das ist ein kleines tool das ist kostenlos ich habe das jetzt schon heruntergeladen und installiert den link findet ihr natürlich unter dem video bei interesse vnc steht hier für virtual networking computing und das ist beim raspberry pi beziehungsweise raspian vom hause aus implementiert ist aber standardmäßig deaktiviert und schon sind wir beim ersten schritt also erstmal muss der vnc server auf unserem raspi aktiviert werden das geht aber ziemlich ratzfratz und zwar das ist jetzt mein raspberry pi hier ich bin schon drauf geschaltet einfach hier auf das menü klicken einstellungen raspberry pi konfiguration aufrufen und hier unter schnitt stellen genau vnc also einfach hier aktiviert hier anklicken standardmäßig ist es wie gesagt sieht so aus es ist deaktiviert einfach aktiviert mit ok bestätigen und schon bis es aktiviert wenn das getan ist da ist auch kein reboot irgendwie erforderlich ja da scheint hier direkt der vnc server icon in unsere task leiste wenn wir hier drauf klicken haben wir hier ein paar wichtige infos vielleicht wie zum beispiel auch die ip adresse von unserem raspberry die wir brauchen hier sind noch ein paar optionen dazu vielleicht kommen wir gleich nochmal genau wenn unsere raspberry pi vielleicht headless läuft also wenn wir jetzt kein extra bildschirm angeschlossen haben an unsere raspberry das können wir natürlich wobei ssh aktivieren ja den vnc server indem wir einfach eine ssh session auf unserem raspi starten und uns anmelden natürlich und hier einfach mit sudo raspi minus config enter und genau interface options student undudo like yes ja wollen wir einfach mit ja aktivieren sie friends server ist enabled ok und das war's auch schon ja das geht also auch das ist glaube ich exit zag genau nachdem das getan ist hier unsere vnc server eingerichtet ist bzw aktiviert ist auf dem raspi müssen wir nur noch auf unserem haupt pc oder die mut maschine den client herunterladen bzw hier den vnc viewer ich habe das jetzt schon heruntergeladen und installiert das geht auch ganz schnell ja die ganz normale windows installation routine für private zwecke ist sie gesagt kostenlos und genau wenn wir das jetzt starten sieht hier so aus vielleicht ich mache das mal genau ich dachte das jetzt noch mal hier ich habe jetzt hier noch ein paar ich genau hier geben wir vielleicht erst mal die ip-adresse ja in die zeile hier sagt ich habe das jetzt hier schon was eingerichtet und beim allererste mal wenn wir uns mit dem raspi an einem raspi anmelden kommt noch mal eine ident prüfung um wie das können wir mit weiter einfach weg klicken danach müssen wir unser nutzername und passwort eingeben hier von dem raspi ja der user also mit ok bestätigen und schon sind wir drauf ja voll drauf auf die grafische oberfläche wir können hier noch mal drauf klicken hier sehen wir genau auf dem raspi hier ist eine session welche user da angemeldet ist von welcher maschine welche port und so weiter dann haben wir hier vielleicht noch mal ganz kurz die optionen hier um die durchzugehen sicherheit verschlüsselung ist aktiviert authentifizierung ok hier können wir noch mal berechtigung setzen wenn wir da irgendwie bedarf haben für sudo für benutzer für gruppen und so weiter oder eben global genau hier ist das hier mit dem was ich vorhin meinte text in beide richtungen kopieren und einfügen ja das ist alles per default aktiviert was damit gemeint ist vielleicht können wir ja einfach mal ein beispiel machen hier zeigen ich kopiere mir hier das ist jetzt mein haupt pc ja sag habe ich mehr den webadresse die webadresse beispielsweise kopiert und das kann ich jetzt hier auf dem raspi einfügen genau sag ja das ist super praktisch finde ich es geht in die andere richtung genauso sag dann haben wir hier nochmal verbindungen hier ein paar optionen ja das ist jetzt alles wie gesagt default einstellungen problembehandlung update und so weiter drucker den drucker können wir ja frei geben hier das ist auch aktiviert hier noch ein paar einstellungen für experten ja wenn wir lassen das jetzt einfach mal für uns oder für mich zu ein bisschen bin es jetzt hier reichen die reichen jetzt die default einstellungen genau ich denke dass ich jetzt nichts vergessen habe beziehungsweise dass ich euch da weiterhelfen konnte wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen über ein like freue ich mich natürlich auch und ja danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal